so leute einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum nächsten kleinen video ja leute ich zeige euch heute mal den neuen fortnite shop bin extra so lange aufgeblieben wir haben jetzt 1.26 und wir haben die neuen shop jetzt schon drin wir gehen auch mal direkt zum shop die kennt ihr ja schon die einsatzleiterin die ist noch drin und dann haben wir hier zwei neue und finde ich eigentlich von denen extrem schade weil die eigentlich recht selten war die hast du so seitdem gesehen die habe ich schon ja die habe ich mir die habe ich schon lange ist mir bloß nicht aufgefallen habe ich mir damals schon geholt wurde die neue rauskam über ein agentin und dann haben wir kuschel heilig das ist der hängel gleiter uzeit ranger uzeit ranger 800 v box ist jetzt auch wieder drin und ja ist ein bisschen schade weil die eigentlich selten waren die hast du selten gesehen zu der zeit ihr gesagt jetzt siehst du dir auch selten aber jetzt im shop das wird sich einiges ändern hat einfach jeder die das ist der shop vom neuen von welchen datum kann ich euch genau sagen wir haben heute den sonntag den 9 dezember 1.27 leute ihr wisst bescheid dass der neue shop und was sie auch geil finden hier die spitzhacke auch für weihnachten war doch nicht unnötig gewesen diese schöne spitzhacke sonst habe ich das ganze set einfach die ausgerüstet das läuft ja leute das soll ich euch nur bescheid geben wir sehen uns auf jeden fall im nächsten kleinen video wieder bis zum nächsten mal euer matt gda19 tschüssi koski